Ich bin Alejandro Schoen-Fernandes und ich bin Personal Trainer. Ich komme ursprünglich vom Fußball, vom Schwimmen und funktionelles Training, Brasilien Jiu-Jitsu. Ich habe 2007 Sportwissenschaften in Brasilien studiert und seitdem arbeite ich als Fitness- und Personal Trainer. Was ein Personal Trainer ist? Ein Personal Trainer ist eine Person, die dir dabei hält, einfach dein Trainingsziel zu erreichen. Sei es, dass du abnehmen willst, Muskel aufbauen oder einfach gesund leben willst. Der macht deine Trainingspläne, deine Trainingsperiodisierung und du musst dich überhaupt nicht daran kümmern. Der gibt die richtige Information, wie man trainieren muss und wie man das richtig macht. Ein Vorteil, einen Personal Trainer dabei zu haben, ist, dass das Training komplett auf dich eingestellt ist. Das ist kein Training vom Internet für irgendjemanden. Das ist das Training genau für dich. Das Personal Training ist die effektivste Möglichkeit zum Trainieren, die heutzutage gibt. Wenn du keine Zeit im Sport hast und keine Lust ist, ins Studio zu gehen, dann bist du bei mir genau richtig. Ich mache dein Workout auch zu Hause. Ich finde, dass du Spaß und Sport im Text und das alles mit mir. Dann anνε Hasta Punkt 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 Bis zum nächsten Mal.